Was können wir also tun? Erstens, wenn du möglicherweise vorhast, in den nächsten Jahren eine Immobilie zu kaufen, könnte es sich lohnen, den Kauf vorzuziehen. Die Zinsen werden erstmal weiter steigen. Aber Vorsicht, es lohnt sich nicht, dafür ein Haus zu kaufen, von dem du nicht völlig überzeugt bist. Mögliche Reparaturkosten oder Umbauten sind schnell teurer als die eingesparten Zinsen. Zweitens, wenn du schon einen Immobilienkredit hast, schau nach, wann die Zinsbindung ausläuft und eine Anschlussfinanzierung fällig wird. Wenn das in den nächsten fünf Jahren der Fall ist, könnte es sich lohnen, die Anschlussfinanzierung vorzuziehen. Was nach einer Umfrage 40% der Interhub-Kunden nicht wussten, war, dass Immobilienkredite ein Sonderkündigungsrecht nach zehn Jahren haben und das ohne zusätzliche Kosten. Wenn ihr also etwa eine Zinsbindung von 15 Jahren habt, die in zwei Jahren ausläuft, könnte es sich lohnen, den Kredit jetzt zu kündigen und einen neuen mit längerer Zinsbindung abzuschließen. Eine Zinserhöhung von nur 0,25% sind nämlich bei einem Kredit in Höhe von 400.000 Euro schon 1.000 Euro im Jahr. Rechnet also mal für euch durch, wie sich steigende Zinsen auf euch auswirken könnten. Habt ihr einen laufenden Immobilienkredit oder wollt ihr euch demnächst ein Haus kaufen? Dann schreibt es uns mal unten in die Kommentare. Wenn ihr jetzt noch wissen wollt, wie ihr die Kreditlaufzeit eures Immobilienkredits mehr als halbieren könnt, dann schaut mal in dieses Video hinein. Falls euch das Video hier geholfen hat, dann gebt uns gerne einen Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal für mehr Themen rund um Versicherung, Finanzen und Wirtschaft. Ansonsten tschüss und bis zum nächsten Video.